Hallo zusammen, da bin ich mal wieder, euer Snake Oil Audio. So, das hier, wie ihr es wahrscheinlich schon an der Überschrift seht, wird keins meiner normalen Videos. Deswegen spreche ich jetzt hier explizit eine Warnung aus. Ich werde jetzt hier in einer Tour in diesem Video vom Stapel ziehen und so richtig abkotzen. Das heißt, alle, die den lustigen Märchenonkel hören wollen, der einen über Hi-Fi erzählt, das wird jetzt hier nicht passieren. Jeder, der noch gute Laune hat und der auch möchte, dass die Laune gut bleibt, dem empfehle ich dringend, schaut das Video nicht. Weil, mir geht gerade derartig die Hutschnur hoch. Ich sitze hier wirklich, mir kommt Dampf aus den Ohren, ich habe einen hochroten Kopf und bin kurz davor, so einen richtig cholerischen Anfall zu kriegen. Ohne Worte, ohne Worte. Ich möchte euch dann einfach noch, euch auch auf dem Teil des Lebensweges mal ein Stück weit mitnehmen. Also, Hi-Fi hat für mich gerade so einen neuen Tiefpunkt erreicht, wo ich nicht gedacht habe, dass das möglich ist. Es geht um unsere Monitor 1, unseren Lautsprecher. Also, ich habe ja erzählt, wir haben den Lautsprecher irgendwie gebastelt, in mehreren Varianten bislang und so weiter. Und Status Quo ist halt irgendwie, ja, wir müssen das Horn nochmal tauschen, Tritratolala, die letzte Entwicklungsstufe ist noch nicht erreicht, wir brauchen nur einen Prototypen. Das ist alt, das kennt ihr, das habt ihr alles schon gehört von mir. So, was ich auch erzählt habe, ist, ich wohne hier halt auf so einer kleinen zweieinhalb Zimmerbutze, wo ich nicht wirklich auf meinem Wohnzimmertisch anfangen kann, mit Stichsäge und Sprühpistole anzufangen, Lautsprecher zu bauen. Das geht nicht. Ist einfach nicht drin. Ich habe einfach die räumlichen Möglichkeiten hier nicht. Ich habe keine kleine Werkstatt oder irgendwas. Ich habe auch kein Auto, um Kram durch die Gegend zu wickeln. Das wäre dann auch nochmal was anderes. Aber so, ich bin darauf angewiesen, dass ich jetzt unseren finalen Prototypen als einen Karton irgendwie kriege. Und da ist der drin. Und da ist natürlich keine fertige Frequenzweiche drin und so. Ist ja noch in der Entwicklung, das ist klar. Aber so eine Kiste, wo die Treiber reingeschraubt sind und so, wo das Horn drin ist und das Ding. Alles klar. Also habe ich mir Gedanken gemacht, wo kriege ich das her. Und bin halt auf einen Lautsprecherladen gestoßen, der... Ja, ein Selbstbauladen. Der einfach so ein klassischer Selbstbauladen, der halt aber auch fertige Lautsprecher anbietet. Also, ja, jetzt nicht irgendwie, ja, hier ist es eine Wurftail oder so, sondern selbstgebaute Lautsprecher, die fertig sind. Karton aufreißen, Kabel rein, los geht's. Die Nummer. So, der Typ ist auch relativ aktiv in diversen Foren und so weiter. Und Kai und Olli kannten den auch und so. Und da habe ich gedacht, komm, probier das mal. Ruf den mal an, frag mal, wie ist das irgendwie mit einem Lautsprecher? Kannst du mir einen Lautsprecher einfach nach Vorgabe bauen? Ja, sicher kann ich machen. Alles easy peasy und so weiter. Okay, pass auf. Ich schicke dir mal so eine grobe Zeichnung irgendwie rüber, da du schon mal so eine Idee kriegst, wie das Ding aussehen soll, mit den Maßen irgendwie dran. Und so, es ist jetzt kein CAD-Modell, so mit allen Fräsungen und Tritratruller, aber du weißt, was gemeint ist und davon kann man eigentlich einen Lautsprecher bauen. Und das ist jetzt, ist überschaubar. Ist jetzt auch nicht irgendwie die Riesen-Raketenwissenschaft, ist viereckige Kiste mit irgendwie zwei Löchern drin. Ja, so. Ja, ja, alles klar. Ne, mach mal, schick mal rüber und so weiter. Okay. Also, da habe ich den Kram irgendwie rübergeschickt und habe ihm dazu natürlich auch ein paar Zeilen geschrieben. Und habe gesagt, guck mal hier, da ist die Kiste. Und hier, und dann ist die Frequenzweiche dazu. Die Frequenzweiche, nur damit du dich nicht wunderst. Die Frequenzweiche ist nicht wirklich für den Lautsprecher. Die ist für einen sehr ähnlichen Lautsprecher. Das heißt, die Beschaltung für den Tieftöner ist die gleiche. Die Weiche an sich für den Hochtöner ist die gleiche. Also die Übernahme, der Übernahmeteil der Weiche. Der Spannungsteiler wird wahrscheinlich genauso bleiben. Und die Entzerrung ist aber falsch. Die Entzerrung ist für einen Biradialhorn. Und so, aber die möchte ich trotzdem so haben. Genau so, also genau so die Weiche wie auf dem Schaltbild. So, und ansonsten irgendwie die Chassis sitzen da drin, das Horn und so weiter und so fort. Und irgendwie, ne, ein Treiber ist halt Celestion-Treiber. Du bist ja Celestion-Händler, den würde ich dann auch direkt von dir nehmen. Und der Tieftöner, das ist aber ein Thomann-Ding. Den müssen wir halt bei Thomann bestellen, das geht nicht anders. Der ist halt der Einzige, der den halt verkauft. Ist halt seine Hausmarke. Und so. Macht doch mal ein Angebot. Hm, alles klar. So. Ich hab noch ein paar Sachen mehr irgendwie spezifiziert. Also zum Beispiel hab ich gesagt, ja, hier, pass auf mit dem Anschluss-Terminal. Ich brauch da nicht so ein klassisches Anschluss-Terminal dran. Weil, das ist halt noch ein Lautsprecher in der Entwicklung. Wie gesagt, ist Prototyp. Das heißt, ich möchte da einfach nur einen ganz einfachen Speak-On hinten dran haben. Den kleinen Speak-On, der hat ja vier Pole. Und da kann ich ja für einen Zwei-Wege-Lautsprecher irgendwie alles dran anschließen. Ich komm da gleich auch noch zu. Warum, weshalb und wieso. Egal. Also einfach jetzt da nichts Teures, nichts Wildes. Einfacher Speak-On. Tut alles, was wir irgendwie brauchen. Dann hab ich gesagt, so mit der Dämmung. Mit der Dämmung, das wird noch so ein gewisser Akt werden. Weil wir haben da so Vorstellungen, wie wir das bedämmen wollen. Da müssen wir aber auch noch mal so ein bisschen mit rumwickeln und so weiter. Also mach bei der Bedämmung da jetzt auch nicht so einen riesen Aufriss. Stopf da einfach irgendwas rein, dass das so halbwegs von Haus aus irgendwie funktioniert. Aber mach da kein Aufriss. Irgendwas Billiges. Stopf da einfach nur irgendwas rein, damit da irgendeine Bedämmung drin ist. Mehr nicht. So. Und dann machen wir das Ding noch irgendwie in halbwegs nett. Weil das ist zwar ein Prototyp, aber ich würde den gerne fotografieren und so. Wenn der jetzt nicht so ganz aussieht, wie Hammer vor Kopf. Dann wäre das schon irgendwie ganz schön, dass man da so ein paar Fotos von machen kann. Und den Leuten zeigen kann, dass die sich nicht alle weggruseln. Ah, ah, ah. Ja. Und pass auf, jetzt um das Holz, da hätte ich irgendwie gerne Multiplex. Weil das hat halt von Haus aus irgendwie eine vernünftige Oberfläche und so. Das sieht halt von Haus aus schön aus. Da müssen wir da nicht mit Furnier und na, na, na rummachen und so. Er ist ja irgendwie alles scheiße für den Prototypen. Viel zu aufwendig. Lass uns einfach Multiplex nehmen und gut. Und dann hätte ich nur gerne als Oberfläche da einmal Klarlack drüber. Da muss er jetzt auch nicht weltmeisterlich aussehen. Einfach nur einmal Klarlack drüber gerotzt. Von mir ist man mit einem Pinsel drauf gestrichen. Ist mir egal. Nur, dass das Holz irgendwie geschützt ist. Da irgendwie so ein Schutz über dem Holz ist. Hm, hm, hm. Ja, ja, alles klar. Habe ich alles begriffen. Das ist alles total klar. Ich schicke dir ein Angebot. Okay. So, jetzt kommt das Angebot. Das Angebot. So, Weiche. Hunde. Also, bei Weiche habe ich noch gesagt. Pass auf, Weiche. Bitte kalkulier da jetzt nicht irgendeinen Kernschrott eigentlich. Also, jetzt nicht das, was Gary von Gary Research immer mit schmerzverzerrtem Gesicht und spitzen Fingern aus den Lautsprechern rauszieht und sich zu Tode ekelt. Wie kann man sowas einen Lautsprecher einbauen? Sowas nicht. Kalkulierende, vernünftige Weiche. Ordentliche Bauteile. Kein Dreck. Auch kein Esoterik-Kram. Ich brauche jetzt keine Kondensatoren für 120 Euro das Stück. Sowas nicht. Aber wirklich ordentliches Zeugs. Mit Hand aufs Herz. Ordentlich. Das. Das möchte ich haben. Hm. Ne. Habe ich alles verstanden. Ist alles total klar. Alles easy. Logisch. Ist ja eindeutig. Gibt es ja nichts zu diskutieren. Okay. Hm. Schön. Okay. Kalkulation. Weiche 112,50 Euro. Pro Stück. Ne. Pro Seite. Alles klar. Rail-Abbreis. Das Ganze überhaupt nicht meckern. Ist schön. So. Das Gehäuse inklusive dem Celestion-Treiber. Der alleine, wohlgemerkt, knapp über 100 Euro kostet. Der ist nicht ganz billig, der Celestion. Das Gehäuse inklusive dem Celestion und ausgeschrieben im Angebot plus irgendwie so diverse Kleinteile, die man halt noch braucht. Also wie, ne. Speaker- und Anschluss-Terminal. Ein paar Schrauben, um die Chassis da reinzuschrauben. Ein paar Bassreflexrohre und irgendwie ein bisschen Dämmaterial. Ne. So. Das würde ich jetzt so unter, ne. Plus Kleinkram. Also fertig halt aufgebaut. Das Ding. Preis. So. Jetzt haltet euch fest. 261,70 Euro. Wie gesagt. Inklusive dem Celestion. Das heißt, der wirkliche Preis für das Gehäuse und das Zusammenwickeln und alles ist 160 Euro. Pro Gehäuse. Da habe ich gesagt, pass auf, Kollege. Bei aller Liebe, du killst dich da gerade selbst. Das ist zu billig. Das kannst du nicht zu dem Preis bauen. Das geht nicht. Keine Chance. Das muss ja auch noch irgendwie zu mir und so weiter und so fort. Das geht nicht. Du bist einfach viel zu billig. Werd teurer. So. Das habe ich leider nicht schriftlich. Bislang, das habe ich alles schriftlich. Ich kann die euch zeigen. Jetzt kommt Telefonat. Nein. Und hier. Und du mit deinem YouTube-Kanal. Das ist zur Not. Ich baue dir das auch umsonst. Und so. Nein. Ich will nicht, dass du mir das umsonst baust. Weil du bist ja Profi. Das ist ja dein Geschäft. Du lebst da davon. Warum solltest du mir das umsonst bauen? Das macht doch gar keinen Sinn. Kalkulier das vernünftig. Und so. Mir ist der Kontakt wichtiger. Ich würde dich gerne auch noch mal ein zweites und drittes Mal fragen können. Baust du mir mal dies oder baust du mir mal das? Das ist mir wichtiger, als jetzt ein paar Euro zu sparen. Das bringt es gar nicht. Nee, nee. Der Preis ist schon in Ordnung und so weiter. Das passt alles. Das ist alles total super. Okay. Dann habe ich schriftlich darauf geantwortet. Und dann habe ich gesagt, pass auf. Okay, jetzt noch mal. Ich biete dir jetzt. Und das zahle ich dir auch. Für ein Pärchen. Nach deiner Kalkulation hätte das Pärchen 748,40. Also 750 Euro gekostet. Ich schicke dir jetzt mal von Haus aus ein Tausi rüber. Weil das geht zu dem Preis nicht. Schlicht und ergreifend. Das geht nicht. Und Tausi gebe ich schon mal von Haus aus freiwillig. So. Und jetzt das Thomann Chassis und das Horn. Das könnte ich jetzt bestellen. Von Thomann. Dann liefert Thomann das zu mir. Und jetzt nehme ich das. Bring das wieder zur Post. Und schicke es dann zu dir. Das ist doch Schwachsinn. Wieso überweise ich dir nicht einfach 200 Euro mehr. Und du bestellst einfach dann das Thomann Chassis und das Horn. So. Jetzt hatte ich in meinem Kopf. Beim Thomann Chassis wusste ich den Preis. 59 Euro das Stück. Sprich 120 Euro für beide. Bei dem Horn wusste ich den Preis aber nicht. Und ich bin fälschlicherweise davon ausgegangen. Weil unser McGee Horn, was wir zuerst geplant hatten. Das kostete ein bisschen über 20 Euro. 25 Euro. Und ich habe jetzt gedacht. Das andere Horn, was wir da jetzt benutzen. Das P-Audio Horn. Das kostet das gleiche. Das ist nicht aufwendiger. Warum soll das mehr kosten? Das wird das gleiche kosten. Habe ich gedacht. Stimmt aber nicht. Das kostet Doppelte. Das kostet, je nachdem wo man das kauft. Wenn man hier nicht günstig kriegt, kostet das Doppelte. Ansonsten kostet es sogar noch ein bisschen mehr als das Doppelte. Das heißt, anstatt 25 Euro kostet das zwischen 50 günstig und 60 teuer. Dazwischen liegt das. Wusste ich aber nicht. Wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ich hatte das einfach nur. Ich habe den Preis einfach nur geschätzt. Und habe gedacht. Okay. Zwei Tormänner. 120. Plus zweimal 25 oben drauf. Sind 170. Schick ihm 200 rüber. Dann wird das auf jeden Fall passen. Das ist so mein Gedanke. War ein Fehler. Aber so mein Gedanke. Also ich überweise insgesamt 1200 Rocken. Hätte er sich jetzt gemeldet und hätte gesagt, pass auf. Mit dem Horn, das haut nicht hin. Das ist viel teurer als das Maggie. Da mit den 200 oben drauf, das war zu wenig. Schick mal ein Fufi mehr, dann passt das. Hätte ich ihm sofort ein Hunderter hinterher geschickt. Alles klar. Hätte man mit mir nicht eine Sekunde diskutieren müssen. Das ist ja logisch. Also das erschließt sich mir ja auch. Und ich hatte den Preis ja auch nur geschätzt. Ich habe nur gedacht, ja, in der Richtung wird das sein. Fertig. Schick ihm 200, dann sind das ein paar Mark mehr. Dann ist es nicht zu wenig. So. Das war mir wichtig, einfach nicht zu wenig zu schicken. Aber die Rückmeldung kommt nicht. Alles gut. Alles irgendwie schön. Und ja. Und ach Mensch, das ist ja super. Da habe ich ja finanziell auch noch ein bisschen Luft. Da kann ich dir den Scheiß auch nicht per DHL, sondern sogar per UPS schicken, weil mit DHL habe ich irgendwie öfter mal Probleme. Und UPS ist irgendwie viel besser, aber ist ja auch ein bisschen teurer und so. Aber ist ja alles irgendwie easy peasy. Ja, ja. Ist total schön. Freue ich mich schon drauf. Ja. Aber die Todmänner sind gerade nicht lieferbar übrigens. Mhm. Na ja, ist ja nicht schlimm. In ein, zwei Wochen werden die ja lieferbar sein. Wir bringen ja keinen Mann zum Mond. Wir haben keinen Krebs. Ob das jetzt eine Woche länger dauert oder nicht. Scheißegal. Ich meine, in meinem Kopf ist dann immer so was, wo ich denke, na ja, ob die jetzt da sind oder nicht, man kann ja trotzdem die Gehäuse bauen. Aber muss man auch nicht. Weil ich habe ja auch explizit gesagt, warte eine Woche oder zwei, bis die Dinger lieferbar sind. Scheiß drauf. Wen juckt es? Da sind wir ja noch im Sommer. Okay. So, dann irgendwie kommt eine Mail. Ja, pass auf. Also mit der Oberfläche. Ach so, erst mal Holz. Genau, Holz. Ja, Multiplex. Ne, pass auf. Multiplex ist irgendwie scheiße. Weil Multiplex habe ich irgendwie hier gerade nicht und so weiter. Ich habe hier Holz. Da ist so Stab verleimt. Da ist echt Holz Stab verleimt. Ja gut, ich bin kein Schreiner. Ich habe keine Ahnung von echt Holz Stab verleimt. Ist das gut für Lautsprecher? Ist das schlecht für Lautsprecher? Wie gesagt, bedenkt bitte. Ich spreche hier nicht mit einem Schreiner. Dass ein Schreiner mir nicht beantworten kann, ist das gut oder schlecht klanglich für einen Lautsprecher? Das ist mir klar. Das würde ich an keiner Stelle erwarten. Ne, ich spreche mit einem professionellen Lautsprecherbauer. Ja? So. Und ich frage den. Ist das gut? Kann ich das benutzen? Ist das scheiße? Ist das Billigkram? Oder ist das nur hübsch aussieht? Oder ist das irgendwie gut? Sag mir was. Ne, ist Ast rein. Baue ich meine ganzen Lautsprecher draus. Ist spitzenmäßig. Daumen hoch. Super geil. Ich sage, okay, ja. Lass uns das probieren. Ja, nett aussehen tut das auf jeden Fall. Klar. Wenn du sagst, das geht, ist das gut. So. Fehler. Mein Fehler. Muss ich jetzt auch ganz klar zugeben. Weil ich habe keine Ahnung von Holz. Ich kenne mich mit Holz nicht aus. Ich weiß, was MDF macht. Ich weiß, was Multiplex macht. Ich weiß, was Spanplatte macht. Aber ich bin kein ausgewiesener Holzexperte. Bin ich einfach nicht. So. Und ich hätte das überprüfen müssen. Ganz klar. Und den Schuh ziehe ich mir auch an. Weil, wie sich später herausstellte, ja, das Problem bei Stab verleimtem Holz ist, ja, das sieht schick aus. Das ist klar. Das arbeitet nur in jede Richtung. Das verzieht sich halt. Das ist das eine. Und das andere ist, irgendwann gehen auch die ganzen Verbindungsstellen, trennen sich. Irgendwann kannst du in das Gehäuse von außen reingucken. Das ist so ein bisschen problematisch. Was für mich natürlich eine Riesenscheiße ist, weil, und das habe ich auch kommuniziert, der Prototyp, mir wäre das natürlich total lieb. Wir bauen einen Prototyp, den muss ich nicht hinterher einfach kleinkloppen und wegschmeißen. Sondern mir wäre das natürlich lieb. Wir bauen einen Prototyp, und wenn wir sozusagen mit unserer Testphase durch sind, dann haben wir ja einen Lautsprecher, der sieht jetzt vielleicht nicht so aus wie die Serie. Aber technisch macht er das, was die Serie tut. Das heißt, das ist ja ein funktionierender, vernünftiger Lautsprecher. Und dann in meinem Kopf, in meinem Kopf, das sind so die kleinen grünen Männchen, die zu mir in meinem Kopf sprechen. Könnte ich dann ja sagen, okay, passt mal auf Leute, es gibt ja ein paar, die da irgendwie Interesse haben an dem Lautsprecher. Ich haue hier unser Entwicklungspärchen, unser letzten Prototypen, den haue ich jetzt mal raus. Wer immer den haben möchte, ich verkaufe den zum Materialpreis. Will den einer, weil dann muss ich ihn nicht wegwerfen. Dann kriege ich die Kohle, die der Prototyp gekostet hat, auch wieder rein. Ist schön, dann kann man wieder anderweitig investieren, da geht es dann irgendwie weiter und so. Aber jetzt mit der Information, ja, Stab verleimtes Holz, kannst du nicht nehmen. Das zerlegt sich von alleine. Das ist in zwei, drei Jahren, ist das Schrott. Ja, gut, dann ist klar, das kann ich nicht verkaufen. Definitiv nicht, weil dem, dem ich dann verkaufe, den ziehe ich ja voll über den Tisch. Das geht ja einfach gar nicht. Ja, habe ich ein bisschen dicke Backen gemacht. Klar. Aber, habe ich runtergeschluckt, weil ich gesagt habe, ja, ist deine eigene Doofheit. Das ist deine eigene Doofheit. Das ist genau das Lehrgeld, was du zahlen musst, weil du kennst sie nicht aus. Du hast keine Ahnung von Scheißholz. Und anstatt du mal irgendjemanden fragst, der sich auskennt, vorher, bevor du das bestellst, sagst du einfach, ja, wird schon passend, bestelle ich. dämlich, 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 das Lehrgeld zahlst du zurecht. Das jetzt sagen mir meine Stimmen im Kopf. Also kein Problem, ich werfe das niemandem vor. Nur meine Schuld. Okay, so, jetzt kriege ich eine Mail, da geht es aber um die Oberfläche. Ja, pass auf, hier mit dem, naja, klar lag, da ist irgendwie alles scheiße und so. Wie ist denn mit entweder Ölen oder Wachsen? Und da habe ich dann gesagt, ja, nee, pass auf, also weder Ölen noch Wachsen, da brauche ich beides nicht. Weil ich, das Ölen, da ist das immer so speckig, die Oberfläche, das finde ich total ätzend. Und bei Wachsen hat man immer so eine klebrige Oberfläche, das finde ich auch ekelhaft. Beides gefällt mir nicht. Ich weiß, dass es Fangruppen gibt, die das nur so wollen, aber ich finde das ätzend. Und ich möchte da Klarlack drauf haben. Und wenn das für dich ein Problem ist, ist das aber keins, weil dann schick mir den einfach roh. Weil das, das kriege ich hier wirklich, da schleppe ich das Ding auf den Balkon und mit dem Pinsel trage ich da irgendwie so ein bisschen Fußboden-Klarlack drauf. Da ist kein Problem. Das kriege ich selber geregelt. Einfach roh. Vergiss das. Vergiss das mit dem Lackieren. Es ist einfach ersatzlos gestrichen. Kein Ding. Mhm, ja, ja, okay, okay, ja, so. Jetzt kommt die Nummer, Aua, ich habe Rücken. Ah, ich habe mir jetzt irgendwie meinen Rücken, ich habe jetzt irgendwie die Chassis hier und so, aber jetzt habe ich mir meinen Rücken gerade kaputt gemacht. Okay. Kann passieren. Ja, ich weiß wie das ist. Mit kaputtem Rücken kann man sich nicht bewegen, da kann man nicht arbeiten. Das ist alles irgendwie eine Riesenscheiße. Man ist irgendwie nur das Leiden Christi und kann sich nicht bewegen. Ja, was soll ich dazu sagen? Soll ich jetzt Druck machen? Soll ich jetzt sagen, ja, geht aber nicht. Ich muss aber morgen. nee, nee, weil ich denke mir, zum einen ist das halt scheiße, da kann er ja nichts für und zum anderen denke ich mir halt auch, ey, bei dem Preis, den er mir gesagt hat, der muss das Projekt sowieso zwischendurch machen, wenn er mal Zeit hat. Das ist von Haus aus klar. Wenn ich das reell durchkalkuliere, dann geht der Preis nicht. Und aufgrund dessen musst du einfach auch Abstriche machen. Wenn das ein bisschen länger dauert, dauert das ein bisschen länger. Ist scheißegal. Na, easy. Also, ja, Rücken ist kaputt, leg dich schön auf der Couch. Pfleg dich, ist gut. Dauert so lange, wie dauert. Easy. Mach dich wegen mir nicht bekloppt. Okay. So. So geht wieder irgendwie ein bisschen Zeit ins Land und so. Jetzt kommt die Ansage plötzlich. Ja, pass auf, ja, hier mit der Optik und so. Pass auf, was ich dir irgendwie anbieten kann, ist, ich kann das ja beißen, das Holz. Ich kann dir das in irgendeiner Farbe irgendwie beißen. Aber ich sage, pass auf, wenn beißen, ich finde so eine Two-Tone-Geschichte ganz nice. Wenn der Korpus eine andere Farbe hat, als die Front und so. Ja, mach ich dir. Und dann, da klar lag drauf und so. Hab ich mir nur gedacht. Na ja, und jetzt doch klar lag drauf. Na ja gut, ich will ihn mal nicht bremsen. Was auch immer er da will. Da kommt jetzt nicht, weil auch das ist wichtig jetzt im Weiteren, da kommt jetzt nicht, pass auf, ich könnte dir, ich habe über das Thema Oberfläche nochmal nachgedacht, ich könnte dir irgendwie das, das, das als Oberfläche so und so und so anbieten. Ist aber ein bisschen mehr Aufwand, koste dich das und das. Das ist ja eigentlich so, wie man das unter Erwachsenen so macht. Wenn man eine geschäftliche Beziehung hat, dann kann man sagen, okay, pass auf, du wolltest irgendwie Raufaser in deinem Badezimmer an der Wand haben, aber jetzt willst du doch Marmor, kann ich dir machen, koste aber so und so viel mehr. Da würde ja, ein normaler Erwachsener würde einem dann ein Angebot schreiben und sagen, ja, so ist das Ding. Das, was du da haben wolltest, das, was du jetzt kriegst, zwei verschiedene Paar Schuhe kostet, das und das. Das ist der Preisunterschied. Willst du das jetzt wirklich, ja oder nein? Gib mir jetzt den Auftrag, oder gib mir nicht. Aber das kommt nicht. das war einfach nur so eine allgemeine Ansage. Das könnte ich auch so machen. Ja, ich gehe davon aus, das ist in dem Preis enthalten. Weil über Nachkalkulation sprechen wir nicht, an keiner Stelle. Wie gesagt, noch nicht mal bei den Hörnern, wo ich ja tatsächlich falsch lag, wo eine Nachkalkulation mehr als fair gewesen wäre. Okay, so, jetzt kriege ich ein Foto. ja, hier, das Ding ist jetzt irgendwie zusammengeschraubt und so weiter. Alles wieder irgendwie, hier ist das Ding, alles tot. Ich sage, pass auf, folgendes, schickt mir das nicht nach Köln. Weil, wir müssen ja noch die Weiche dafür machen. Oder muss ja dann eh irgendwie zum Olli und so weiter und schickt das doch anstatt zu mir, schickt das doch direkt zum Olli. Ist doch alles gut, ihr kennt euch da auch und so und macht das, das ist doch irgendwie viel sinnvoller. Und dann fahre ich zum Olli hoch. So, das ist doch irgendwie, das ist doch, das macht doch mehr Sinn. Aha, aha, aha. So, und dann haben die beiden da Kontakt und so weiter. Ach so, ja, mit der Weiche und dem Spiegel. Und das ist auch noch schön. Das muss ich auch noch so kurz zum Besten gehen. Das ist nämlich auch einfach ein Traum, der einfach auch komplett ins Bild passt. Ja, hier, pass auf, äh, mit dem Spicon, ne, äh, ja, ich hab dir da jetzt da so ein Spicon dran gemacht, aber ich hab dir da jetzt einen dran gemacht mit Bananas. Ja, wie ein Spicon mit Bananas. Ja, ist so ein Doppelterminal. Ne, da kannst du oben halt Bananas reinstöpseln und unten kannst du das Spicon reinmachen. Ja, aber Bananas will ich ja gar nicht. Ja, ja, aber da kannst du da direkt Bananas reinstecken, wegen der Frequenzweiche. Ich sag, wie, die Frequenzweiche extern? Ja, ne, die hab ich dir da jetzt reingebaut. Ja, äh, wir müssen das Ding noch entwickeln noch. Wir wollten die Frequenzweiche extern haben, damit wir nicht immer Widerstand tauschen. Ah, pass auf, Widerstand tauschen geht jetzt hier ganz schnell bei uns. Wir bauen nämlich jetzt erstmal den Lautsprecher auseinander, fuckeln die Frequenzweiche da raus, löten den Widerstand ein, machen die Frequenzweiche wieder rein, bauen den Lautsprecher wieder zusammen, hören uns das 10 Minuten an und sagen dann, ey, komm, lass uns doch mal den Lautsprecher auseinanderschrauben und mal wieder einen anderen Widerstand reinmachen. Und das ist ja total clever. So baut man Lautsprecher, logisch, damit das dann auch die 10-fache Zeit braucht. Klar, anstatt einfach die Frequenzweiche extern zu haben. Das ist einfach, mit einem Schreiner sowas zu diskutieren, würde ich voll verstehen. Das ist ja dem, das nicht klar ist, logisch, der hat einen anderen Fachbereich. Aber mit einem professionellen Lautsprecherbauer, da kriege ich Stehhare, da denke ich, was ist denn mit dem los? Das ist doch jedem klar, bei einem Lautsprecher, den ich entwickeln muss, dass ich die Weiche extern haben will und nicht reingestopft in das Ding. Fett. So, und genau dafür möchte ich Spicon da dran haben, weil, dann kann man sich nicht vertun. Ja, wenn ich Lautsprecher a, B im Vergleich höre und der eine hat die Frequenzweiche extern und der andere hat die intern und da sind bei allen Bananas hinten dran und man quatscht nur nebenher und ist mit seinen Gedanken woanders. Dann passiert das in 3-2-1, dass man einen Lautsprecher da hinstellt, wo keine Weiche dran ist, stöpselt die Endstufe da rein, drückt auf Play und pfff, der Hochtöner schmeißt direkt die weiße Fahne und dann wartet er. Schwingspule abgeraucht. Passiert in 3-2-1. Ist mir auch schon selber so passiert. Ist auch schon tausend Leute, die ich kenne, so passiert. Und deswegen baue ich sowas so nicht. Deswegen sage ich, mach ein Speakon hinten dran. Da kann dir das gar nicht passieren. Selbst wenn du total geistig umnachtet bist mit deinen Lautsprecherkabeln, kann dir das nicht passieren, weil du kriegst die da gar nicht rein, außer mit dem Hammer. Nee, ich habe ja jetzt irgendwie Anschlussklemme und weiche es intern und ja, super. Super, ist genau das, was man braucht. Es ist einfach, sagt einfach, ich bin ein Profi. Hier sind Profis am Werk. Mal lass dir so ein T-Shirt machen. Hier sind Profis am Werk. Ast rein. Du hast das voll begriffen. Aber auch da. Nein. Da bin ich noch voll geduldig. Und sag, ja mein Gott, ey, das ist klar. Warum nicht? Warum nicht? Scheiß drauf. Easy, easy. Das kriegen wir repariert. Okay. So. Also. Wir sind bei, ich schicke die Kiste zum Olli runter. Und bei die Kiste, das ist das Stichwort. Wenn ich euch sage, also die Spendor 15.1, das ist eine tolle Box. Hättet ihr denn das Gefühl, dass ich von Mono spreche? Jetzt mal so ganz im Ernst. Wenn ich so allgemein über Hi-Fi, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das bei euch so ist. Das ist auch extrem subjektiv. Ja, das, ich weiß das. Aber ich hätte das Gefühl, für mich, die kleinen Männchen in meinem Kopf, die mir zuflüstern. Da wäre das so, dass ich denke, Stereo hat eine echte Zukunft. Ich glaube mit Mono, das wird sich irgendwann in der nächsten Zeit mal so in Wohlgefallen auflösen. Da kommen auch immer mehr Schallplatten in Stereo raus. Ich glaube, Stereo wird seinen Weg machen. Also wenn ich sage, die Spendor, ich glaube, ich bin nicht sicher, das ist auch ein ganz schwieriges Thema. Das ist wirklich, gerade wenn man jetzt in der Branche auch arbeitet, ist das ein ganz schwieriges Thema. Immer mit der neuen Technik und so. Aber wenn ich da, irgendwie hätte ich das Gefühl, Stereo ist eigentlich so der Weg, den die Kunden wollen. Tendenziell eher. Öfter Stereo als Mono, würde ich sagen, in 2020. Ja, und Oli schreibt mir eine Mail und sagt, hör mal, ich glaube, der Typ, der spricht von Mono. Ich glaube, der spricht wirklich von Mono. Ich glaube, der will mir ein Lautsprecher zuschicken. Ein Stück. Eins Lautsprecher. Ich sage, Oli, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das muss ein sprachliches Missverständnis sein. Das ist nicht möglich. Also nach allen Posten, die wir bis jetzt hatten, da habe ich schon öfter mal hier und da gedacht, der hat nicht alle auf dem Zahn. Aber Mono kann nicht sein. Mono kann echt nicht sein. Das wäre schon wirklich, das wäre Holla die Waldfee. Vor allen Dingen, weil ich ja weiß, einige geben halt ihre Lautsprecherpreise in Paaren an und andere halt Mono. Weiß ich. Klar, es gibt genug Firmen, die immer noch auf Mono eingestellt sind, wo ich ein Stück Lautsprecher kaufen kann. Und deswegen habe ich das auch explizit in die Mail hingeschrieben noch mal. Ein Paar. Ein Paar. Ein Paar ist ja dann doch eher mehr als eins. Ich glaube, das kann man im allgemeinen Sprachgebrauch so stehen lassen, dass ein Paar mehr als eins ist. Und auch das Angebot, wie gesagt, war ja 374 Euro pro Box. Und ich schicke ihm 1000. Ja, 250 mehr. Nicht irgendwie, keine Ahnung. Wie viel sind das? Nicht 650 mehr. Das wäre dann ein bisschen dickes Trinkgeld. So dicke habe ich es dann auch nicht. Ja, da habe ich eine Mail geschrieben. Ich habe gesagt, Mono? Echt? Mono? Wir sollen eine Lautsprecherentwicklung vornehmen? Mono? Ist dein Ernst? Kann nicht dein Ernst sein. Irgendwas muss da gerade bei dir ganz schief gelaufen sein. Ja, doch. Ja, sehr. Hör mal. Ja, zu dem Preis. Bist du doof? Ja, Mono. Ja, logisch. Ist doch klar. Was ich da irgendwie allein an Entwicklungsarbeit reinstecken musste in den Lautsprecher. Ich muss mir echt meine Zigarette anzunehmen. Ich könnte durchdrehen. Das ist wirklich... Boah, mein Puls ist bis unter Haarspitze. Das ist einfach... Das kann gar nicht sein. Das kann man sich überhaupt nicht ausdenken. Ja, doch. Was ich da an Entwicklungsarbeit reinstecken musste alleine schon. Sag mal, du hast mich die ganze Zeit zugetextet mit Weiche hier, Weiche da. Und ich habe dir die ganze Zeit in einer Natur gesagt, wie eine tibetanische Gebetsmühle. Nee, die Weiche, die da abgebildet ist, die will ich. Keine Weichenentwicklung. Keine Weichenentwicklung Ollis Baustelle. Nicht deine. Auf der Kiste steht Ollis Name und Kai's Name. Und deswegen deren Weiche. Ja, aber Weiche. Ja, ja, ist total gut. Weiche. Eine Weichenentwicklung. Ja, Daumen hoch. Aber nicht deine Baustelle. Ja, ja. Nächste Mail. Übrigens, ich habe hier nochmal mit der Weiche. Ja, fantastisch. Fantastisch, dass du genau das machst, was du nicht machen sollst. Ich bin auch hochgradig begeistert. Aber nein, nicht Weiche. Ja, ich habe hier aber noch ein Teele Small Parade. Ja, brauchst du aber gar nicht. Ist gar nicht dein Job. Bau eine viereckige Kiste und schraub da ein paar Chassis rein. Das ist dein Job. Nicht Weiche. Und jetzt kommt Mail. Ja, hör mal, aber jetzt hier mal die ganze Weichenentwicklung und so. Hast du dir mal überlegt, was das alles kostet? Ne, und auch irgendwie die Lackierung. Hör mal, die Lack, der Lack alleine ist ja schon ein Fuffi. Ne, und dann irgendwie die Verpackung. Kostet ja auch nochmal ein 70er. Ne, überleg mal. Da habe ich nur gedacht, was? Hä? Wie hat er denn gedacht? Wie die Scheiße von Berlin nach Köln kommt? Per berittenen Booten oder was? Hermes der Götterbote, der dann auch für umsonst irgendwie die Scheiße befördert? Ja, sehr muss das irgendwie verschickt werden. Das ist doch jetzt irgendwie kein... Wat? Wat? Wo bin ich denn hier? Wo bin ich denn hier gelandet? Das kann doch alles gar nicht wahr sein. Wie, ja, der Lack kosten Fuffi. Wir haben uns über Klarlack von Anfang an gesprochen. Das war Teil des Angebots. Dann hieß es, Klarlack geht nicht. Also habe ich ersatzlos gestrichen. Habe ich auch nicht gefragt, was kriege ich jetzt an Geld zurück? Weil, naja, jetzt hast du ja einen Fuffi für Lack gespart. Fuffi für Lack, allein da kriege ich schon irgendwie einen Anfall. Aber egal. So, und dann ist jetzt irgendwie ja doch Lack und irgendwie beizen. Ja, aber dann musst du mir auch einen Preis ansagen. Alter, weißt du nicht, wie ein Angebot geht? Was ist denn los hier? Ich glaube, ich flippe aus. Ja, und Weichenentwicklung. Ja, aber solltest du ja gar nicht machen. Ja, aber, da war ja irgendwie klar, dass die Weiche irgendwie nicht stimmt und hast du ja auch geschrieben, dass die Weiche nicht stimmt. Ja, ich weiß, genau, deswegen habe ich das geschrieben, damit du dich nicht wunderst. Weil in meinem Kopf ist das so, guckt euch die Weiche an. Das ist zweimal zweiter Ordnung mit Spannungsteiler und Entzerrung. Das ist die Weiche. Das ist die Weiche für Ollis 4,25. Sprich, das ist ja quasi unsere Monitor 1 nur mit dem JBL Biradialhorn. Da braucht man die Entzerrung genauso. So, und jetzt habe ich gedacht, wenn Olli an der Weiche rumdaddelt, hat er zwei Varianten. Entweder er nimmt die Weiche so wie sie ist, legt die in die Ecke und sagt, ja, ist schön, aber wenn ich jetzt nochmal eine 4,25 aufbaue, habe ich die passende Weiche da schon für liegen. Da brauche ich da einfach nur so eins zu eins reinstecken. Und ich baue jetzt die neue Weiche aus meinen Teilen auf. Oder aber, ich habe gar kein Interesse eine 4,25 zu bauen und ich löte jetzt einfach mal die Entzerrung ab, die da dran ist, weil natürlich die zweite Ordnung am Tieftöner, die wird ja genauso bleiben, weil es ist ja genau der gleiche Tieftöner. Das wird natürlich nicht anders sein. So, und die zweite Ordnung am Hochtonhorn wird auch genau die gleiche, weil es ist ja das gleiche Horn, da ändert sich ja gar nichts. Das Einzige, was sich ändert, ist der Horn-Typ, der davor ist und der Horn-Typ braucht eine andere Entzerrung. Vermutlich. So, und jetzt habe ich gedacht, wenn ich jetzt einfach die Entzerrung da reinbaue und Olli macht eine andere, dann lötet er die eine ab, wirft das in seine Grabbelkiste für Elektronikbauteile und nimmt die Bauteile, die er braucht, in Wirklichkeit da raus. Das heißt, einfach in Ollis Grabbelkiste wird nicht weniger hinterher drin sein, da wird genauso viel drin sein wie vorher auch und mit Glück wird da sogar ein bisschen mehr drin sein, aber auf jeden Fall nicht weniger. Das war mein Gedanke, deswegen habe ich gedacht, komm, bei Baudi war ich einfach genau so, mit genauso vielen Teilen, mit genau den Teilen und so weiter, in einer vernünftigen Qualität und so, dann hat Olli da auch irgendwie keinen Scheiß irgendwie bei sich rumfliegen und ist alles irgendwie tot. Das kann er auch irgendwie im Zweifel gebrauchen. Das war alles, das war mein Gedanke zu der Weiche. Deswegen wollte ich die so haben, deswegen wollte ich die Kalkulation für diese Weiche. Und nicht, baue meine Weiche, ist überhaupt nicht angesagt. Ich meine, es gibt natürlich Leute, die sind da berufen in der High-Fiber, die müssen unbedingt eine Weiche bauen, das geht dann auch gar nicht anders. Ja, okay, von mir aus, wenn dann so einen therapeutischen Touch haben sollen, Lautsprecher, baue eine Weiche, ist mir auch egal, mach ruhig. Aber ich will das, was ich bestellt habe. Und ich will von dir explizit keine Weiche. Aber wenn ich die Wahl habe, zwischen einer Weiche von dir und Mono, weil das scheint ja jetzt gerade hier irgendwie dann möchte ich lieber gar keine Weiche. Lipper Stereo ohne jede Weiche, auch wenn ich die Weiche bezahle, ist dann auch egal. Ja, aber Lipper Stereo ohne Weiche als Mono mit. Mit einer Weiche, die keiner haben will. Das noch ganz oben drauf. Das, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, da fällt mir einfach alles aus dem Gesicht. Bin ich das Arschloch in der Story? Ich weiß das nicht. Bin ich, ernsthaft, bin ich der Idiot? Bin ich das Arschloch? Ich war geduldig, was die Zeit angeht. Ich habe gesagt, ich schicke dir mehr Kohle, als du haben willst, weil das ist zu günstig kalkuliert. ich bin ein total geduldiger Mensch und alles. Ja, und das wird auch nicht so gebaut, wie ich das haben will. Auch egal, kann ich auch mitleben. Über die Gehäusequalität möchte ich noch nicht mal reden, weil das, guckt euch einfach mal an, wie groß das Gehäuse ist und dann mit überstehender Front und Rückplatte. Ich meine, was war denn da das Problem? Gehäuse irgendwie falsch abgesägt? Ach, ups, sie ist doch kleiner, aber jetzt nochmal Frontplatte irgendwie nach. Geht nicht, ist zu aufwendig, da lass überstehen, juckt nicht. Was ist das denn? Ich hatte in irgendeiner Mail, ich habe die Mail jetzt nicht gefunden, da habe ich ihm gebeten, pass auf, die Frontplatte klebt die einfach stumpf vorne vor. Wäre nur nice, wenn du mir so eine umlaufende Schattenfuge da dran machen könntest. Das wäre ganz gut, muss nicht, aber wäre ganz nice, weil ich finde so Two-Tone-Geschichten ganz schön und dann könnte man an der Schattenfuge sozusagen eine Farbton und da der andere. Aber von, eine überstehende Fakt. Ja, wie gesagt, da habe ich mich noch gar nicht drüber aufgerechnet. Es ist jetzt nicht, dass ich das bemängelt hätte, das nehme ich hin, das nehme ich hin, Arschlecken, Frequenzweiche reingebaut in das Ding, ja klar, warum nicht? Warum nicht? Das ist zwar voll für den Arsch, aber warum nicht? Kann passieren. Völlig Wurst. Aber Mono, ehrlich. Mono ist jetzt, das ist angesagt. Und dann die Ansage irgendwie, ja zu dem Preis, wie soll ich das denn alles machen? Ja, ich weiß, ich weiß. Ich hätte auch null ein Problem damit gehabt, zwischenzeitlich einen Anruf zu kriegen, pass auf, ja, mit dem Geheul, ja, du hast recht, ich habe mich da irgendwie verkalkuliert und das geht eigentlich alles so gar nicht. Wie sieht das aus? Kannst du nochmal irgendwie 200 oder 300 locker machen? Das wäre schon irgendwie nice. Weil irgendwie, und der Thorn war auch übrigens irgendwie, nochmal ein 20er teurer oder ein 30er teurer und so, das ist alles irgendwie scheiße. Kannst du nochmal ein paar Mark rüber schicken? Ja, sehr. Klar. Ich war mir von vorne reinklar, du bist zu günstig. Ja, klar. Komm, ich schicke dir nochmal 300. Das ist kein Thema. Mach ich. Wirklich, habe ich null ein Problem. Ich bin katert nicht um die 300. Aber mich dann irgendwie anranzen zu lassen, ja, alles scheiße, was du da auch alles von mir verlangst und zu dem Preis, da geht ja wohl sowieso nicht und klar kriegst du da nur Mono, ist doch wohl klar, dass du da nur Mono kriegst, weil Mono ist ja sowieso die Zukunft und so ganze Stereo-Scheiß-Zeugs wird sich ja sowieso nicht durchsetzen. Ja, nee, ist klar. Was? Ja, ohne Worte. Ohne, ohne Worte. Ich habe gedacht, ja, schön, schick. Wir kriegen jetzt heute endlich nach drei Monaten oder dreieinhalb Monate, dreieinhalb Monate Wartezeit, kriegen wir jetzt endlich irgendwie heute oder morgen unsere finalen Prototypen, können endlich die weiche Final fertig machen. Ast rein. Ast rein. Und dann kriegen wir das alles noch irgendwie vor Weihnachten. Das war zumindest die Baupläne. Mindestens die Baupläne kriegen wir vor Weihnachten rausgedrückt und dann können wir vielleicht die ersten Lautsprecher dann nach Weihnachten irgendwann mal auf die Reise schicken. Das wäre super gewesen. Das wäre richtig geil gewesen. Ja, gut. Nö. Nach drei Monaten Wartezeit haben wir jetzt gar nichts. Das ist schön. Das ist ein totaler Traum. Macht mich richtig glücklich. Super, super. Genau so ist die Branche. Echt, das ist... Nein, ist sie nicht. Das ist ein Einzelfall in der Branche. Aber trotzdem, es ist einfach... Es passt zu dem Klischee der Branche. Wo sich so viele darüber aufregen, was hier für eine Scheiße läuft. Und genau in dieses Fahrwasser passt das. Das ist einfach nicht zu glauben. Das ist einfach... Das ist einfach... Das kann man sich gar nicht ausdenken, so eine Story. Boah, bin ich sauer. Boah, bin ich sauer. Ihr macht euch kein Bild. Ich könnte echt durchdrehen. Naja, gut. Okay. Olli und Kai sind dann zur Rettung irgendwie genaht und haben gesagt, pass auf, ey, das... Vergiss den Typen. Der hat nicht alle Tassen im Schrank. Das ist völlig daneben. Was der da... Das geht überhaupt nicht. Ich baue dir das Ding neu. Ich baue dir das denn schön. Komm, Arschlecken. Wir bestellen jetzt irgendwie die Bretter fertig zugeschnitten auf Gärung mit allen Fräsungen drin und so weiter und so fort. Ich mache jetzt sofort heute irgendwie die Zeichnung klar. Ich schicke das sofort zu meinem Schreiner des Vertrauens. Das habe ich in ein paar Tagen irgendwie wieder hier. Ich bestelle jetzt sofort irgendwie die Chassis neu Kai direkt. Ja, hier, pass auf. Ich habe auch noch irgendwie Horntreiber. Die Hörner habe ich ja auch noch irgendwie liegen. Schicke ich auch direkt irgendwie nach Bremen. Das kriegen wir jetzt auch irgendwie kurzzeitig noch geregelt und irgendwie wird das was. Und ja, die beiden retten mir jetzt den Arsch. Also muss ich auch ganz klar so sehen. Die sind super. Die sind einfach super, die beiden. Das ist... Aber jetzt... Boah. Boah, könnte ich ausrasten. Also es ist wirklich... Das zieht mir den letzten Zahn. Das nimmt mir... Das nimmt mir so viel Lebensenergie. Das nimmt mir auch so viel gute Laune auf das Projekt. Dann ich einfach schon denke, was eine Scheiße. Wieso fängst du überhaupt wieder an, Lautsprecher zu bauen? Das kann doch alles gar nicht sein. Das ist wieder Desaster Master Deluxe. Gibt's doch gar nicht. Ja, ich muss da Kai und Olli einfach total danken, weil die bauen mich da auch wieder auf und sagen, ja komm, wir kriegen das geregelt. Hakt das ab. Hakt das einfach als Erfahrung ab. Andere gehen ins Domina Studio. Du lässt dir halt Lautsprecher bauen. Warum nicht? Kann man irgendwie alles machen. Ist ja auch nicht weiter tragisch und kriegen wir geregelt. Kriegen wir hin. Ja, danke an Kai und Olli. Euch beide. Muss ich einfach auch so sagen. Das ist... Ohne euch hätte ich das jetzt eingestellt. Hätte ich jetzt wirklich gesagt, weißt du was, ey komm, lass sein. Lass sein. Das muss ich mir nicht mehr geben. Ja, das Projekt geht weiter. Das war jetzt, wie gesagt, so ein Video zum Runterziehen. Tut mir leid. Ich musste einfach, das war jetzt für mich ein therapeutisches Video. Ich musste jetzt einfach mal so meinen Frust ablassen über das, was so passiert ist. Weil man sich das einfach gar nicht ausdenken kann. Weil man einfach so... Ich hab Kai und Olli auch. Ich hab denen die ganzen Mails geschickt, dass die die ganze Konversation auch gesehen haben und die sagen, auch das... Du bist nicht das Arschloch in der Geschichte. Also echt nicht. Du hast das geschrieben, du hast auch klar gesagt, was irgendwie Ambach ist und wenn der da irgendwas ganz anderes versteht, ist das sein Problem. Aber das ist... Nee, du warst fair. Du warst fair. Das... So. Ja, schreibt ihr mal irgendwie drunter. Vielleicht hab ich da irgendwie einen Lattentreffer und raffet halt auch einfach nicht. Vielleicht muss ich auch anders mit Leuten sprechen oder... Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Irgendwas scheint da ja offensichtlich in meiner Kommunikation irgendwie schief zu laufen. Ich weiß aber auch nicht, wie ich das verbessern kann. Also das greift so ein bisschen in das Thema vom letzten Mal. Wieso findest du eigentlich kleine Engländer so doof? Dann ist irgendwie... Irgendwas scheint mit meiner Kommunikation schief zu laufen. Ich meine, ich verstehe da, dass man nicht alle meine Witze irgendwie von mir versteht, ist logisch. Dass man irgendwie nicht jeden Sarkasmus von mir versteht, verstehe ich auch. Aber wenn ich irgendwie sage, pass auf, wie will ein Speakon hinten an einem Lautsprecher haben. Ich will die Weiche extern haben. Das ist doch irgendwie... Da gibt es doch wenig Spielraum, da was falsch zu verstehen. Ich will irgendwie Stereo hören. Ein Paar. Wie kann man denn ein Paar Lautsprecher falsch verstehen? Das entzieht sich mir völlig. Ohne Worte. Ohne Worte. Okay. Beim nächsten Mal geht es wieder lustig mit HiFi weiter. Ich habe schon wieder irgendwie ein paar spannende Themen und so und so. Aber der musste jetzt raus. Tut mir leid, der musste raus. So. In dem Sinne, bleibt mir gewogen und natürlich Glück auf. Bis zum nächsten Mal.